Hallo und herzlich willkommen zu Nubeskideen. Wir sehen uns am 22. März 2021. Ja, letzte Woche habe ich keine Nachrichten gebracht. Es ist einmal ausgefallen, aber ich werde die Nachrichten heute, sofern sie noch aktuell sind, nachreichen. Und das erste, was uns eine Nachricht erreicht, ist eine neue Ben-Riach-Abfüllung. Die 14-jährige 2021 Release wird demnächst auch bei whisky.de erhältlich sein. Also schaut mal im Shop vorbei. Ja, so ein bisschen das neue Studio hat noch ein paar Probleme, wo ich meine News ablesen kann. Als nächstes haben wir Neues von Hunter Lang. Und zwar hat der unabhängige Abfüller neue Single-Cask-Whiskys auf den Markt gebracht. Und zwar Cask Strength der First Editions. Einmal einen 20-jährigen Ben Rines, einen 23-jährigen Inchgauer und einen 25-jährigen Tomaten. Weiter kommen unter dem Label Hepburn's Choice noch Glen Burgi mit Rum Finish und ein North British Single Grain der Serie The Sovereign. Werden demnächst auch bei whisky.de erhältlich sein. Beams & Toddy investiert wieder Geld und zwar in Glengarry. Das Geld wird aber nicht in eine Vergrößerung investiert, sondern es wird in eine Modernisierung und eine Traditionalisierung investiert. Die Brennerei bekommt moderneres Equipment, aber auch einen eigenen Melzboden, damit sie ihr eigenes Malz auf traditionelle Art und Weise herstellen kann. Außerdem soll der CO2-Ausstoß um ca. 15% reduziert worden werden. Insgesamt ist das eine Investition von 6 Millionen Pfund. Dann gehen wir weiter nach Irland und es gibt einen neuen Whisky, den Dunville's 1808 Blended Irish Whisky. Es ist eine Einführung eines neuen Blends und er besteht aus Malt, Grain und Potsdale Whisky. 40% ABV, 1880 eine Hommage an das Gründungsjahr von Dunville's. Dann haben wir eine neue Brennerei, die einen den ersten Whisky bringt bzw. ihren ersten Spirit. Die Meesil Distillery brennt ihren ersten irischen Whisky in Galway seit über 100 Jahren. Galway ist, soweit ich das erinnern kann, eine Stadt an der im westlichen Teil des Landes und da gab es schon seit Ewigkeiten keine Brennerei mehr. 2016 gründeten zwei Brüder diese Brennerei und begannen damit Gin zu brennen. Jetzt im Januar 2021 haben sie ihren ersten Whisky, also den ersten Spirit gebrannt und sie werden die Ergebnisse 2024 nach einer Lagerung von mindestens drei Jahren präsentieren. Aber sie werden vorher noch unabhängig abgefüllte Whisky schon im Sommer unter eigenen Namen auch präsentieren. Dann haben wir die Crumlin Road Gold Brennerei in Belfast. Die bekommt eine Baugenehmigung. 225 Millionen Pfund wird dort investiert, um eine neue Brennerei in Belfast, in der nordirischen Hauptstadt, zu bauen. Die Brennerei ist ein Umbau eines Ahrflügels des alten Gefängnisses, also Justix Vollzugsanstatt nennt man das in Deutschland. Die wird jetzt umgebaut, die ist nicht mehr in Betrieb, zu einer Whisky-Brennerei. Ich hatte euch ja berichtet vor zwei Wochen über das Fabergé-Ei zusammen mit dem Emerald Isle Whisky Set und einem 30 Jahre alten irischen Whisky und der ist jetzt versteigert worden. Ein texanischer Sammler hat für dieses Sammlerset 2 Millionen Dollar bezahlt und ist damit das teuerste irische Whisky Set, das jemals verkauft wurde. Dann haben wir noch eine Nachricht über einen kleinen Personalwechsel bei Jack Daniels. Alle warten schon drauf, was wird da passieren? Diesmal ist ein kleiner Wechsel und zwar ist Lexi Phillips zum Assistant Distiller ernannt worden und sie wird Chris Fletcher dabei unterstützen, die Destillation zu beaufsichten und natürlich auch als Markenbotschifterin für Jack Daniels zu fungieren. Dann haben wir noch einen weiteren Blood Oath. Diesmal Pact 7 Kentucky Straight Bourbon ist angekündigt worden, aber wieder nur für die USA. Limitiert auf 51.000 Flaschen. Dann gibt's noch ein paar Nachrichten aus dem internationalen Bereich. Star Wars Whisky Projects. Neue Projekte. Dolce, Ginger Beer und Tony. Ja, ist verschiedene besondere Fassreifungen. Tony, ja, Tony Port ist australischer Starkwein. Dolce ist ein, ja, auch ein Dessertwein und Ginger Beer, wie es so ist, Ginger Beer Fässern für die Nachreifung. Sehr interessant, was da so rauskommt, ist immer wieder, ja, immer wieder anders, immer wieder neu. Von daher finde ich Star Wars relativ schön. Die Flaschen gibt's übrigens auch bei whiskey.de zu erhalten, ja, zu erkaufen. Dann als letztes Elsburn Italian Connection. Er reift für sieben Jahre in einer Fasskombination aus First Fill Amarone und danach Marsala Casks. 55,5% ABV. Ohne Kohlfilterung und ohne Farbstoff. Limitiert auf 1000 Flaschen und natürlich auch bei whiskey.de erhältlich. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich muss noch ein bisschen schauen, wie ich das mit den Einstellungen hinkriege, damit ich wirklich alles lesen kann. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.